Clarissa, was möchtest du mal werden? Ich will Tierärztin werden. Und du? Musikerin. Und du, Kekko? Ich will mal in den öffentlichen Dienst. So wie du. Und so wie mein Papa, der mich ins Büro mitnahm. Was für heitere Menschen. Was für zufriedene Existenzen. Nicht außerhalb der Sprechzeit. Es war meine Bestimmung. Ich bekam einen wunderbaren Posten im Gemeindeamt. Mir Beamte wurden verehrt wie Götter. Und es gab nur eine Frau in meinem Leben. Mama. Mein Glück war absolut perfekt. Bis zur Gemeindeverwaltungsreform.